Wir haben Plastikleitern, meine lieben Freunde. Mehr Plastik für alle. Plastik ist die Lösung all unserer Sorgen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Wir haben zwar kein Oxygen included, aber dafür ganz viel Regolith, meine lieben Freunde. Guckt euch das an, was da abgeht. Beziehungsweise, was da gleich runter regnen wird. Der arme Sleepy, der ist jetzt schon überfordert und voll. Und er kommt gar nicht hinterher, das ganze Zeug wegzuputzen. Was da so sich anhäuft. Seht euch das an. Riesige Berge an Regolith häufen sich an. Das ist unglaublich. Und die Roboter hier, die müssen auch ganz schön schlauchen. Überträgt sich eigentlich die Hitze auf die Roboter jetzt schon wieder? Ne. Wir haben jetzt immer noch keinen Kontakt dazu. Ich ahne schon, irgendwann wird hier der Strom ausgehen. Wenn hier ständig die Roboter und die Türen und alles laufen. Und dann haben wir hier ein Problem. Wir haben jetzt hier mal wieder umgebaut so ein bisschen. Der Plan ist jetzt, wir wollen ja hier das Observatorium hinbauen. Also das Teleskop, nicht das Observatorium, das Teleskop. Für die Weltraumbeobachtung. So. Das Problem daran ist, wir müssen hier erstmal eine Luftschleuse einbauen. Weil hier ist jetzt ja Luft drin, die sollte möglichst da nicht raus. Das heißt, genau. Wir machen hier eine Luftschleuse rein. Bauen hier Ziegel hin. Bauen hier das Observatorium. Also das Teleskop meine ich. Bauen wir da hin. Und dann müssen wir noch dafür sorgen, dass hier Glas drüber ist auf jeden Fall. Damit das Regolith von oben nicht auf das Observatorium fällt. Weil dann geht es ja wieder kaputt. Überhitzt wieder ständig und so. Und hier brauchen wir unbedingt noch die Bunkerziegel. Problem daran ist, erstmal, dass hier das Regolith nicht weggemacht wird. Das ist sehr unschön. Wir machen mal die Prio an der Stelle auf sieben. Und wir machen mal das Regolith hier. Das machen wir mal händisch weg. Das müssen wir hier eh an den Zwischenstellen da müssen wir es eh händisch entfernen. Das machen die ja nicht nicht selber. Also beziehungsweise der Laser kommt ja oben da nicht ran. Von daher müssen wir das ja eh händisch weg machen. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass in der Zeit kein Meteorschauer kommt. Während sie das machen. Und hier machen wir jetzt wie gesagt die Ziegel weg. Die Trockenwände. Und bauen eine Luftschleuse rein. So. Jetzt habt ihr mir noch einen anderen Tipp gegeben. Es wurde mir gesagt, wenn ich in der Base Teppichziegel benutze, dann erhöhe ich die Deko-Eigenschaften der Base und damit auch die Moral. Das Problem daran ist, die Ziegel, die Teppichfliesen, die brauchen erst mal hier Schilfrohr. Davon haben wir nicht mehr so viel. Das würde ich auch gerne aufheben für die Anzüge eigentlich. Das andere Ding ist aber, die verlangsamen die Nasenlosen nämlich um 25%. Mir ist aber was anderes geiles aufgefallen. Die Plastikziegel beschleunigen die Nasenlosen nochmal um zusätzliche 25%. Normale Ziegel beschleunigen sie um 25%. Und Plastikziegel um 50%. Das heißt, sie sind wesentlich schneller. Und ich würde mal sagen, da wo die hier lang laufen, baue ich jetzt einfach mal Plastikziegel ein. Also quasi hier in dieser Ebene hier. Ups. Ne, warte da nicht. Stopp. Wir haben ja eh genug Plaste. Also wenn wir eine Sache wirklich reichlich haben, ja. Ich kann euch sagen, meine lieben Freunde, dann ist das sowas von Plaste. hier machen wir auch mal das rein. Die ISO-Ziegel da, die brauchen wir ja auch nicht mehr jetzt. So. Und dann kommen sie zum Beispiel, auch hier den Weg zum Klo. Dann kommen sie schneller zum Klo. Das ist mega gut eigentlich. Wenn die schneller zum Klo kommen. Stellt euch mal vor, ihr kommt schneller zum Klo. Stellt euch vor, ihr kommt jeden Tag bei jedem Gang aufs Klo 50% schneller dahin. Was ihr an Lebenszeit einspart. Das müsst ihr euch mal reinpfeifen. Das müsst ihr euch mal reinziehen durch die Nase. Unglaublich. Und wir brauchen es ja eh nur am Boden. Wir brauchen es ja nicht überall. Hier, wo auch hier die Schlafzimmer sind, können wir das auch einsetzen. Dann kommen sie auch schneller ins Bett. Richtig geil. Und auch schneller wieder raus. So, hier auch nochmal. Hier. Hier. Ich glaube, das sind schon so die kritischen Stellen. Diese ganzen Durchgangspassagen hier. Die, wo sie von A nach B laufen. Hier auch noch. So. So. Und hier auch noch. Ah, jetzt haben wir keine Plaste mehr. Okay. Jetzt habe ich die ganze Plaste da reingesteckt. Egal. Wir kriegen ja wieder neue Plaste. Die wird ja permanent auch produziert hier. Wir haben ja hier unten eine Fabrik, die nicht läuft. Warum nicht? Deaktiviert durch Automatisierungsnetz. Hör, warum? Warum läuft die nicht? Aber die läuft ab und zu, oder? Die läuft schon ab und zu. Warum läuft die nicht? Deaktiviert durch. Was für ein Automatisierungsnetz deaktiviert die denn? Thermosensor. Achso, wenn es zu warm ist. Okay, können wir da lange warten, bis das wieder läuft? Ich glaube ja, oder? Das sind hier 87 Grad. Kein Plan, ehrlich gesagt. Vielleicht hätte ich doch nicht alles, äh, Plaste jetzt verarbeiten sollen. Hahaha. Ach egal, wir gucken mal. Irgendwann wird die schon wieder anlaufen. Wir haben ja nicht umsonst hier 11.000 Plastik gehabt. 11.000 Kilogramm. Oh yeah, guckt euch das an. Nice. Warte mal, wir brechen mal hier die Produktion ab. Das hier lassen wir mal so, weil ich möchte nicht, dass das Chlorgas da entweicht. Das lassen wir einfach mal hier an der Stelle. Da machen wir mal nichts. Wir lassen das ein... Wir machen das hier jetzt. Hier so. Das reicht ja. Ja, wenn sie hier schneller hinkommen und so. Das waren doch jetzt Plastikziegel, oder? Ja, offensichtlich. Offensichtlich. Ein geiler Omat. Ein geiler Omat. Kann man die Leitern eigentlich auch schneller machen dadurch? Plastikleitern. Laufgeschwindigkeit plus 20%. Dekoration minus 5. Ah, guck mal, das ist... Die Leitern sind auch schneller. Wir müssen eigentlich Plastikleitern bauen. Und das ist viel wichtiger. Okay, warte. 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 Warte, warte, warte. Mach das mal weg. Mach das mal weg. Das weg. Und das weg. Genau. Das ist schon ganz gut, wenn hier diese Durchgänge schneller sind, so. Also wenn sie da schneller laufen. Aber wir sollten den Löwenanteil lieber benutzen, um Plastikleitern zu haben. Insbesondere da, wo sie halt häufig hoch müssen. Nämlich hier so. Die sind auch nicht so teuer wie die Ziegel. Guck mal. Auf jeden Fall bis hier hin. Und außerdem... Ups. Und außerdem dann auch noch hier hoch. Dann haben wir schon mal... Nicht das Problem, dass die immer so lange brauchen, um hoch in den Weltraum zu kommen. Also dann kommen sie schon mal deutlich schneller in den Weltraum. Würde ich jetzt behaupten. Ich behaupte das jetzt. Guck mal, wir können uns das sogar leisten. Ich bin begeistert. Na, mal gucken, wie weit ich noch komme hier. Wir haben wieder Druckerzeugnis. Ich hab's gesehen. Vielleicht kriegen wir ja Plastik. Das wäre lustig. Ja, hier wird's nicht ganz reichen. Okay, hier ist es vorbei. Aber immerhin. Schon fast mehr als die Hälfte der Strecke. Geil. So, was war jetzt hier? Druckerzeugnisse. Genau. Was haben wir denn hier? Ah, Dünger. Ja, Dünger. Brauchen wir Dünger? Ja, eigentlich schon. Aber wir produzieren ja unseren eigenen. Also eigentlich brauchen wir es nicht. Aber eigentlich schon. Weil irgendwann kann es ja vielleicht sein, dass wir keinen Dünger mehr bekommen. Ach komm, was soll's. 3000 Einheiten. Wir können ja trotzdem weiter produzieren. Macht ja nichts. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall mehr als genug. Bis ans Lebensende haben wir jetzt Dünger. Ja, wir sollten mal dafür sorgen, dass hier die Anlage wieder läuft, würde ich sagen. Das heißt, wir müssen da mal ein bisschen Kühlwasser auch durchleiten noch. Aber das Problem daran ist, wir kriegen glaube ich diese Kühlwasserleitung da nicht so einfach zu der, zu der Plasteranlage runter. Warum ist da dieses Rohr unterbrochen? Das ist schon mal Frage 1. Der Sinn war, dass das Schmutzwasser von der Anlage runterfließt zur Recyclinganlage. Ja, okay. Also dann können wir diese Leitung eigentlich völlig komplett abreißen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht aus Versehen was anderes abreiße, was nicht mit weg soll. Die brauchen wir tatsächlich nicht mehr. Alles gut. So, hier an der Stelle nehme ich jetzt nicht das... Ich habe gerade das Abreißentool benutzt, würde ich nur gerade mal so anmerken, ja. Ich habe es echt gemacht. Ich habe es echt getan. So, hier jetzt, bam. Genau, das kommt alles weg. Da machen sie auch schon. Sehr gut. Und dann machen wir nämlich für unsere Kühltour. Da müssen wir jetzt eine Abzweigung irgendwie reinfrickeln. Wieder einmal. Wir brauchen eigentlich auch mal wieder mehr Salzwasser im Kühlkreislauf noch. Das ist ein bisschen mager hier, was hier durchgeht. Gerade auch, wenn jetzt da unten nochmal eine weitere Wärmequelle hinzukommt in Form der Anlage. Oh, das wird aber ganz schön kompliziert. Wir müssen dann hier eine Abzweigung machen. Hier eine Brücke. Das geht ja gar nicht. Nein, doch. Ne, es geht nicht. Es ist nicht so einfach. Hier müssen wir rüber. So, dann ein bisschen versetzen. Dann hier rüber. Mit Isolite. Obwohl, warte, wir können auch hier anfangen eigentlich. Hier rüber. Aber wie ist denn das dann, wenn ich da jetzt direkt die Brücke ansetze hier an der Stelle? Dann ist ja der Eingang von der Brücke direkt hier. Teilt sich dann der Strom da an der Stelle überhaupt noch? Aber er muss ja eigentlich nicht. Er muss ja hier gar nicht durchgehen, wo die Anzüge sind. Er kann ja theoretisch auch einfach dann da unten durchleiten. Und dann bypassen wir diese Brücke hier einfach und reißen die wieder ab. Und gehen dann hier einfach direkt hoch. Das ist eine gute Idee. Wie warm ist denn das, wenn das da durchkommt? 22 Grad. Das triggert mich jetzt aber hart, dass er das Abreißen-Tool benutzt hat. Ja, geil. Triggern. So, pass auf. Wir machen hier mal kurz ein bisschen auf noch. Und lassen da mal noch ein bisschen Salzwasser in den Kühlkreislauf. Weil der Kühlkreislauf ist momentan ein bisschen unterversorgt. Finde ich. Da kann ruhig ein bisschen mehr rein noch. Ein bisschen mehr Wasser noch. Tu es. Tu es. Und dann müssen wir aber auch schnell wieder zudrehen. Ach, das war jetzt gerade Nacht. Okay. Das habe ich jetzt gar nicht gecheckt, dass die gerade schlafen. Da müssen wir dann aber auch gleich wieder zudrehen, damit nicht zu viel reinkommt. Weil sonst staut es sich dann nämlich wieder und zirkuliert nicht mehr richtig. Das darf nicht passieren. Sollen wir mal kurz ein bisschen ein Auge drauf haben. Auf jeden Fall. Haben sie es? Jetzt läuft was rein. Genau. Sehr nice. Mama. Ja, mal gucken. Bis dieses Segment hier vollgelaufen ist, würde ich sagen. Dann verteilt es sich ja wieder ein bisschen. Machen wir mal nur so kleine Schübe erstmal. Guckt mal und guckt mal, ob es geht. Weil, wenn wir zu viel machen, kühlt sich die Base auch zu schnell runter. Beziehungsweise die Kühlanlagen fressen dann auch wieder mehr Strom. Das ist vielleicht nicht so geil. So, jetzt machen wir mal wieder zu. Das reicht jetzt. Das ist genug. Stop it. Stop it. Do it. You have to stop it. Ich glaube, ich muss die Prio von dem Ding... Ah, die ist schon auf sieben. Ihr solltet stoppen, ihr Pfosten. Wo ist denn hier mal einer? Alter. Was ist denn mit dem? Was ist denn mit stolzer Opa los? Hat er es angehalten? Hallo. Du musst es anhalten, Mann. Was ist mit dir nicht richtig? Sonnenbrand. Warum hat der einen Sonnenbrand? Wie kann das denn passieren? Okay, jetzt haben sie es angehalten. Alles gut. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal an Kühlwasser, was da drin ist. Das verteilt sich ja auch erstmal in der Anlage. So, jetzt müssen wir hier die Umleitung bauen. Für das besagte Kühlwasser. Warum hat der einen Sonnenbrand? Infiziert durch Sonnenexplosionen. Zeit zur Genesung. Ach, nur ein Zyklus. Ja, da muss er halt Panthenol drauf machen. So ist das. Immer diese Nasenlosen, die sich in der Sonne ausruhen. Unglaublich. So, hier. Bam. Und dann machen wir hier wieder. Bam. Und dann machen wir hier mit eine... Erstmal mit einem Isorohr, würde ich sagen. Damit es nicht da wärmer wird schon an der Stelle. Und dann ziehen wir das hier einfach mal quer durch. Hier wird es ja nichts. Hier ist kein Platz mehr für eine Radiatorrohrkonstruktion. Dann machen wir das jetzt hier so. Und dann machen wir das hier so. Ja, und hier wird es jetzt spannend. Eigentlich müssen wir jetzt hier hoch. Aber da geht es jetzt natürlich nicht. Das heißt, diese Rohrbrücke da an der Stelle, die muss schon mal weg. Und dann gehen wir hier rein und dann da lang. Und dieser Zwischenteil wird dann abgerissen einfach. Dann haben wir hier so eine kleine Umleitung nach unten gebaut. Das müsste hier eigentlich einen Kühleffekt erzeugen. Ein bisschen einen leichten... Ist natürlich alles blöd, weil es hier ein bisschen eng ist gerade. Aber so ist das dann eben. So ist das dann eben. Los, mach das weg da jetzt. Ich will das jetzt fertig machen hier. Los, schnell mal da... Schnell mal da weg machen. Dankeschön. Stopp. So, jetzt... Brücken. Einmal da hin. Machen wir mal hier die ISO-Ziegel hin. Und dann von da nach da. Und wir zerstören das hier. Das sollte eigentlich dann so passen. Dann läuft das ja dann einmal hier rum. Ich muss nochmal gucken, habe ich die Richtungen richtig gemacht? Hier rein, hier rein, hier rein und hier rein. Ja, perfekt. Dann haben wir ja den Kreislauf quasi immer noch. Genau wie er vorher war. Nur jetzt halt mit der Umleitung hier nach unten. Das sollte dann auch eine entsprechende Kühlung erzeugen. Aus was haben sie denn jetzt? Okay, die Radiatorhosen aus Blei. Sehr gut. Sah ich da gerade etwas... Etwas Kritisches. Ah, hier sind schon Plasteleitern. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass das schneller ging gerade mit dem Klettern. Aber okay. Das scheint sich dann erst zu rechnen, wenn eine größere Strecke von Leitern auch wirklich aus Plastik besteht. Wir haben auch schon wieder eine neue... Ja, das ist schon ein bisschen produziert hier zwischendurch. Guckt mal. Ist nicht viel, aber immerhin. Ah, ich habe übrigens hier mal Schränke aufgebaut fürs Regolith. Weil ja da doch einiges zusammenkommt. Und das ist tatsächlich... äh... Filtermaterial. So, wir packen da jetzt nur Regolith rein in die Schränke. Weil... wir sonst nämlich hier... immer wieder dieses heiße Zeug rumliegen haben. Und das erhitzt dann immer die Anlagen. Das ist nicht gut. Hallo, ihr solltet es hier mal wegmachen. Hallo? Ihr sollt das da zerstören. Sonst kommt da doch niemand hin. Ich muss das Ding hier noch ein bisschen weiter nach hinten nehmen. Und hier noch ein Laser hinbauen, glaube ich. Sonst geht das alles nicht so gut. Wie sieht es denn temperaturtechnisch aus? Naja, immer noch nicht wirklich gut. Ah, weil hier ist jetzt offen... Ist das jetzt ein Vakuum dadurch? Auf jeden Fall haben wir jetzt eine... eine ordentliche Ventilation am Start. Weil jetzt ja auch immer ein bisschen Sauerstoff hier reinrutscht. Jetzt wollte ich mal schauen. Der Sauerstoff kommt jetzt hier an mit 2 Grad. Hier hat er schon 18. Hier hat er schon 64. Kühlt sich nicht wirklich gut runter. Aber... Ja, mal gucken. Wenn wir das noch ein bisschen optimieren hier... klappt das dann sicherlich langfristig irgendwann. Dass das halt auch die richtigen Temperaturen hat. Wir kriegen das schon noch hin. Macht mal hier das noch weg, das Regulit. Ja, man sieht schon, das dauert hier auch alles noch ganz schön mit dem Zubauen. Bis sie da durch sind. Damit vergeht noch einiges an Zeit. Jetzt machen sie ja auch erstmal hier die Leitern. Hoffe ich zumindest, dass sie die jetzt machen. Oh, die ist schon gut fertig jetzt. Nicht schlecht. Schön klettern, genau. Das ging jetzt schon etwas schneller, oder? So optisch. Wie er da runtergeklettert ist. Wir haben Plastikleitern, meine lieben Freunde. Mehr Plastik für alle. Plastik ist die Lösung all unserer Sorgen. Plastik ist das Ergebnis jahrelanger Forschung. Plastik macht müde, nasenlose doppelt so schnell. Nice. Da nehmen die dann nämlich gleich 10 Sprossen. Mit einem Hops. Ich verstehe zwar auch nicht, warum Plastik einen schneller macht, aber okay. Das ist wahrscheinlich einfach so ein bisschen flutscht besser. Wahrscheinlich. Mit Gummi flutscht das halt richtig. Gummi und Plastik. Nicht schlecht. Das sieht auch irgendwie futuristischer aus, ne? Greta ist unterwegs mit erhobenem Finger. Hä? Macht die nicht nur Stress wegen CO2? Jetzt kommt sie auch noch wegen meinen Plastikleitern hier. Wir wollen die doch gar nicht ins Meer kippen. Das soll doch so bleiben. Hier bleibt alles, wie es ist. Wir wollen das nirgendwo hinkippen. So, jetzt muss ich mal schauen. Sind die jetzt hier am bauen? Ja, sie sind am bauen. Das finde ich ganz toll. Schön bauen. Aufgenommen Plastik. Das ist gut. Ah, jetzt wird es schon wieder produziert. Seht ihr das? Nice. Schnell, schnell, schnell. Weiter, weiter, weiter hier. Wir müssen hier den Kreislauf wieder in Gang kriegen. Den Kühlkreislauf. Sehr gut. Jetzt noch die Brücken. Das würde mich entzücken, wenn ihr jetzt baut, die Brücken. Das wäre richtig toll. Da wird der Kühlkreislauf wieder voll. Das staut sich nämlich sonst da an der Stelle, wenn ihr das nicht macht. Ihr habt schon wieder Freizeit, ihr kleinen Schweinchen. Kann ja alles nicht wahr sein. Ich muss die Prio erhöhen. Sonst machen sie es wieder nicht. Hier, Prio. Prio, Prio. Hochmitter Prio. Prio, 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 Prio. Immer Prio. Mehr Prio. Okay, das ist schon mal eine fertige Plasteleitung. Das gefällt mir. 71 Kilogramm haben wir. Wie teuer ist so eine Leiter? 50. Ja, da müssen wir wohl noch ein bisschen produzieren lassen. Haha. Nicht schlecht. Ah, wie sieht es hier jetzt aus mit der Temperatur? Irgendwie unverändert. Irgendwie dauert das ganz schön lange, bis sich das hier abkühlt jetzt. Wobei ich schon den Eindruck habe, dass das Gerät hier etwas kühler ist als das hier. 94, ne Moment, 45 Grad, ne 45, okay, ne hat sie noch nicht abgekühlt. Ich habe gelogen. Ich habe gelogen, ich habe gelogen. Ja, okay. Dann, äh, ah, das kriegen wir schon irgendwie hin mit der Kühlung. Das kriegen wir schon hin. Wir machen erst mal zu und dann gucken wir mal, wie wir das kühlen. Hauptsache ist erst mal geschlossener Raum. So, jetzt ist wieder Schlafenszeit. Ich mache mal die Beschleunigung an. Greta kommt wegen Plastikleitern. Da ist sie aber schnell wieder weg. Sie bekommt hier nur Matschriegel zu essen. Ich dachte, die steht auf Matschriegel. Ist doch umweltfreundlich. Kappa. Ne, ist doch gut alles. Wir sind doch voll umweltfreundlich. Pass mal auf. Wir sind hier, ich will jetzt mal eine Sache sagen, ja. Wir sind hier voll umweltfreundlich. Wir recyceln fast das ganze Wasser. Wir haben kein Abwasser, was wir momentan irgendwie in die Umwelt entlassen, ja. Keine Schmutzwasser, kein irgendwas. Sämtliches Rohöl, das wir entlassen als Kühlmittel, das verarbeiten wir wieder weiter. Das kommt hier in das Becken und wird recycelt direkt, ja. Also, wir sind hier, wir sind voll die umweltfreundlichen. Es gibt niemanden, der umweltfreundlicher unterwegs ist als wir. Will ich mal hier sagen jetzt. Ja. Und selbst unser CO2. Das bisschen, was anfällt. Selbst das benutzen wir noch. Oh, scheiße. Ich wollte doch den Kühlschrank bauen, ich depp. Das war doch die große Idee. Ich sollte doch hier die Kühlschränke hinbauen, damit ich da mehr Zeug einlagern kann. Das habe ich natürlich wieder vergessen, weil ich mich wieder verquatscht habe. Verdammt. Und weil mir das mit den Leitern dazwischen kam. Die Leitern sind mir dazwischen gekommen. Und die Plaste. Leiterplaste. Leu. Katze V ist wieder voll happy hier. Hat wieder hier den Mario-Sternen geschluckt und ist wieder am Ausrasten total. Es ist so witzig. Jawohl, nice. Schön bauen hier. Schön machen. Alles schön machen. Immer schön machen. Haben sie jetzt die Leitung hier gelegt? Ja, jetzt. Wie sieht es aus temperaturmäßig? Ja gut, es dauert hier jetzt halt, ne. Bis das hier jetzt entsprechend mit der Temperatur funktioniert. Aber ein bisschen den Kühleffekt ist schon sichtbar. Dauert jetzt halt. Das dauert jetzt halt erstmal. Ja, 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 ja. Ich glaube, wir können ruhig noch ein bisschen mehr Kühlwasser reinleiten. Schadet glaube ich nicht. Aber das mache ich erst am nächsten Tag. Weil ich nämlich jetzt nicht möchte, dass ich das kurz vorm Schlafen gehen aufmache, das Ventil. Und dann schlafen sie wieder und machen es nicht wieder zu. Das wäre irgendwie nicht so geil. Ich mache das nachts auf, damit sie es am frühen Morgen gleich dann aktivieren. und dann machen wir nach ein paar Sekunden gleich wieder zu. Na, wie schaut es hier aus? Ah, wird langsam. Langsam aber sicher. Wie viel Stahl haben wir denn? 4000 Kilogramm, nicht schlecht. Und da kommen sie und sind am Basteln. Hat jetzt hier eigentlich schon mal irgendjemand diesen zweiten Anzug genutzt? Oder muss ich den noch irgendwie zuweisen? Wie ist denn das? Kann ich den überhaupt zuweisen, den Anzug? Schwer zu sagen. Sehr, sehr schwer zu sagen. Was war das? Irgendwas ist schon wieder passiert. Irgendwelche Sachen. Irgendwelche merkwürdigen Dinge passieren hier. Wir brauchen mehr Plaste. Wo ist du blöde Anlage? Lauf endlich. Ah, Plaste. Aufgenommen. 500 Kilogramm. Ha, da ist wieder auf null geschwitzt. Gucken Temperatur. Vielleicht soll ich da einfach mal Keuchwurz reinbauen noch. Das wäre doch mal eine Idee. Als Ergänzung. Aber wir haben keinen Keuchwurz mehr. Wir haben keinen Samen mehr für Keuchwurz. Die sind alle schon in Benutzung. Wobei, wir können glaube ich an einigen Stellen auch wieder welche wegnehmen. Müssen wir mal gucken. Wo ist es denn besonders kalt? Beziehungsweise, wo brauchen wir denn diese Kühle eigentlich gar nicht? Hier ist es ganz schön kalt drin. Brauchen die so viel Kälte, die Trekkos? 35 bis 90 brauchen die. Und hier sind es jetzt 17. Ich glaube, wir nehmen den Keuchwurz aus dem Raum mal raus tatsächlich. Müssen wir mal gucken. Wir nehmen den mal da raus. Da ist ja eh das Kühl. Weil die Kühlleitung kommt ja da durch. Brauchen wir ja gar nicht mehr kühlen eigentlich. Wir setzen den Keuchwurz mal mit hier unten rein. Müssen wir mal gucken, wo wir das... Oder wie wir das hinkriegen. An welcher Stelle. Weil hier ist es schon ganz schön zugebaut. Ich glaube, wir müssen hier noch eine Reihe Blöcke reinsetzen. Damit wir noch ein bisschen mehr Platz haben für den Keuchwurz. Oder wir setzen den Keuchwurz in die Luft. Oben drüber. Weil wir könnten doch theoretisch anstelle dieser Leiter... Die brauchen wir doch da nicht. Die können wir doch weg machen. Die können ja die zwei Blöcke klettern selber. Würde ich jetzt sagen. Und dann machen wir da einfach den Keuchwurz direkt an die Tür. Können wir da jetzt den Acker hinsetzen? Hä? Wie auf einmal plötzlich die Dings losgeht. Ist es da jetzt so kühl geworden dadurch? Scheinbar kühl genug, dass das läuft. Prima, ich bin gespannt jetzt. Mach mal Prio hoch. Baut das mal. Will das mal wissen jetzt. Haben sie den schon entwurzelt? Ja, entwurzelt haben sie den anderen jetzt schon. Ja. Sehr nice. Hier werden fleißig Plastiziegel gebaut. Wir sind im Zeitalter der Plaster angekommen, meine lieben Freunde. Warum ist mir das nicht schon früher aufgefallen? Ich wette, 100 Leute haben es in die Kommentare geschrieben, dass ich mit Plasteleitern die Leute schneller machen kann, die Nasenlosen. Ich habe es nur wieder einfach nicht gelesen. Oder nicht mitgekriegt. Tut mir leid, wenn ich es nicht mitgekriegt habe. Jetzt habe ich es mitgekriegt, jetzt habe ich es gemacht. Manchmal dauert es auch mal länger. Wenn es mal wieder länger dauert. So, pass auf jetzt hier. Rein damit. Rein mit dem Ding. That's what she said. Und dann wird es gebaut. Also angepflanzt. Und dann wird es gekühlt hier. Dann kommt nämlich wieder mehr Plaste durch. Und meine lieben Freunde, ich kann euch sagen, wir brauchen Plaste aber sowas von. Da ist wieder was rausgekommen. Es sieht ein bisschen aus wie Seife, wenn so ein Stück Seife rausgepresst wird. Nicht schlecht. Und da haben sie Freizeit. Ich wusste es. So, jetzt. Wenn sie Freizeit haben, also wenn sie im Bett sind, sag ich was so, mache ich mal hier oben nochmal den Kühlwasserhahn auf. Und lasse nochmal ein bisschen mehr Kühlwasser da rein. Nicht, dass sie sich hier jetzt wieder vereinigen. Jetzt sind sie erstmal am Fressen. Ja, es ist schon gar nicht so schlecht, wenn sie da ein kleines bisschen schneller wieder zurückkommen zur Base. Dann können sie nämlich auch besser schlafen. Haben nicht so viel Stress. Und so ist alles besser. So, jetzt machen wir hier auf. Drehen mal die Geschwindigkeit nochmal hoch. Sehr nice. Schön schlafen, genau. Dann haben sie nicht so viel Stress. Sind ausgeglichener, ja. Gehen wir nicht so auf den Zeiger. Von wegen, ist alles scheiße. Und so. So, hier, guck mal. Und jetzt hoch zum Dings. Und genau. Da läuft's durch. Jawohl. So, das lassen wir jetzt mal kurz wieder so weit durchlaufen, bis es hier voll ist, der Abschnitt. Und dann drehen wir wieder zu. Und zwar genau. Jetzt. Dann machen die das nämlich auch. Genau. Zack. Da ist es zugedreht. Dann haben wir wieder einen Schwung reingeleitet an Kühlwasser. Und das teilt sich ja dann wieder auf. Und der Keuschwurz ist auch am Start. Nice. Damit haben wir die Kühlleistung hier unten deutlich erhöht. Und damit läuft hoffentlich die Anlage dann jetzt auch ein bisschen länger durch. Die ist ja auch aus Goldamalgam. Das heißt, die hat ein bisschen noch eine Temperatur-Toleranz. Und sollte es da natürlich zu einer Überhitzung kommen, müssen wir natürlich dann schauen, dass, äh, ja, dass wir dann die vielleicht auch mal aus Stahl bauen einfach. Kann man die aus Stahl bauen? Die kann man bestimmt auch aus Stahl bauen. Hol die Meerpresse? Ja, kann man auch, ja. Könnte man also auch ersetzen eigentlich. Sehr nice. Sehr nice. Guckt euch das an. Was hier passiert. Jetzt kriegen wir richtig schön viel Plastik. Da können wir richtig schön viele Leitern jetzt bauen. Achso, ich muss auch mal wieder hier umschalten, oder? Ne, muss ich eigentlich gar nicht. Sehe ich gerade. Der Strom reicht jetzt auch, um die Anlagen mit zu versorgen, während die Pumpe hier unten läuft. Das ist natürlich super. Hier ist auch ganz schön viel Wasserstoff reingekommen. Nicht schlecht. Ja, ich sag ja, jetzt läuft es lang. Jetzt hat sich das alles richtig hier eingetaktet, eingepegelt hier. Oh. Unser Gas leert sich langsam. So viel dazu. Wann kommt, wann geht es denn hier wieder weiter? Nächste Aktivität in 25,2 Zyklen. Und hier oben? Ah, in 0,8 Zyklen kommt hier oben wieder was rein. Gott sei Dank. Gut. Keine Gefahr. Alles gut. Sollte zumindest alles gut sein, hoffe ich. Und wie sieht es hier oben jetzt aus? Temperatur? 85. Ah. Ah. Der Keuchwurz ist hier ganz schön allein auf weiter Flur unterwegs beim Kühlen. Das ist mehr so ein Tropfen auf den heißen Steinen. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, hier können wir noch Regolith als Filtermaterial einstellen. Genau. Alter, die zwei Schränke hier sind schon voll. Wie viel Regolith das einfach ist. Es kommt ja auch mit jedem Meteor mal ein neues rein. Ich weiß halt auch leider nicht, wie ich das Zeug halt vernichten kann. Da muss es doch irgendeine Lösung geben, dass man das irgendwie zerstört. Ah. Ich glaube, ich hab's. Wir müssen das Zeug in den Vulkan werfen. Dann ist es doch weg, oder? Würde ich jetzt behaupten. Wenn wir es in Magma reinfüllen, dann wird es doch verkohlt einfach. Verdampf das doch. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Wo geht denn das am besten? Hier, wo die ganzen Magmakammern sind eigentlich. Man müsste halt mit einem Förderschienensystem, weil das ja schon die ganze Zeit gefordert wird, mit einem Förderschienensystem das Regolith holen, von oben, hier nach unten leiten und dann hier einfach ins Magma rein. Dann ist es doch weg. Das blöde Zeug. Ist das eine Idee, oder ist das eine Idee? Es wird natürlich ein Momentchen dauern, bis wir das am Start haben. Bis wir das umgesetzt haben. Also ist das erstmal gar nicht so doof, würde ich jetzt mal behaupten. Demokratie, was ist das? Ich kenne nur Spielbär an die Macht. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Gefällt mir. Ich meine, ich bin ja hier schon so ein kleiner Diktator, ne? Eigentlich hier in diesem nasenlosen Reich. Ich kommandiere die die ganze Zeit rum und dann sagen die, ja, Sir, und machen irgendwas anderes. Wie in einer echten Diktatur. Tja, das dauert hier, glaube ich, noch, bis wir diese ganzen Kacheln da gebaut haben. Ey, das dauert noch mega lange. Und ich hatte schon ganz schön lange Offscreen laufen lassen, bis wenigstens das hier unten mal fertig wird. Da seht ihr mal, wie lang das dauert. Aber ich mach jetzt hier schon mal die, die Platten hier an die Stelle, wo ja jetzt das Observatorium reinkommt. Wir wollen ja da, also das Teleskop halt. Wir wollen ja da das Teleskop bauen. Das machen wir natürlich aus Stahl. Weil wir es können. Und ich würde sagen, sicherheitshalber baue ich da nebenan mal noch einen Glasziegel hin, einen weiteren, einen Fensterziegel. Einfach damit, wir da noch ein bisschen einen kleinen Puffer haben. Genau. Und dann machen wir hier nämlich eine... Oder... Nee, eigentlich wollte ich hier... Ich wollte da... Genau. Ich wollte da eigentlich einen Bunkerziegel hinhaben. Nee, warte mal. Wie wollte ich denn das machen? Jetzt überlege ich gerade. Ich wollte... einen Laser hier hinhaben noch. Passt da eine Bunkertür hin an die Stelle? Ja. Dann machen wir hier eine Bunkertür hin. Da den Laser. Ja. Und... Und hier Bunkerziegel. Dann kommt hier das Observatorium hin. Ja. Und hier machen wir einfach mal noch Bunkerziegel hin. Und dann da unten noch eine Bunkertür. Dann haben wir nämlich erst mal diesen Bereich abgesichert. So. Auch gegen die Meteore, die vielleicht dann von rechts kommen. Weil das ist ja das Ding. Wir müssen ja auch aufpassen. Das kann ja theoretisch jederzeit auch ein Meteor so schräg rein, ne? Und dann schön direkt hier rein ins Observatorium. Das darf ja nicht passieren, ja? Das müssen wir ja verhindern. Das müssen wir um jeden Preis verhindern, so was. Freizeit? Nee. Macht doch mal hier das Regolit weg. Dann könnt ihr doch da viel besser arbeiten, ihr Nasenlosen, ihr... Ja, immerhin. Hier haben wir jetzt die Ziegel. Dann können wir da schon mal ein bisschen safer agieren. Dann ist das jetzt hier so eine Art... Ja, so Trennwand mäßig, ja? Sodass die halt da so ein... Das ist so ein bisschen so wie... Wie bei der Titanic, ja? Dass es halt so abgetrennt ist, so in Compartments, die dann zugehen, wenn ein Notfall ist. Damit halt nicht, wenn da irgendwo was kaputt ist rechts, dass da nicht gleich alles verschitt geht, sondern nur der Teil, der sich rechts befindet von der Tür oder links davon. Würde ich sagen, ist, äh, ist nice. Ich bin dafür. Ja? Ich bin da sehr dafür. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Das mit der Luftkühlung scheint hier nämlich auch nicht so gut zu funktionieren. Das heißt, wir müssen da auch bald Wasser durchleiten und ich habe schon so ein bisschen so einen Plan, wie ich das mache. Ah, Sweepy wurde geholfen. Er wurde geleert. Und jetzt wurde er geputzt. Nice. Hashtag Verschrottung von Sweepy. Nicht Sleepy. Sleepy sind meine Nasenlosen. Sweepy ist der Roboter. Und an der Stelle ist diese Folge Oxygen Not Included auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu diesem Let's Play, sondern auch zu anderen Projekten. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.